Hi, ich bin Thomas von Tutoring und in diesem Video schauen wir uns beim Stackelberg-Wettbewerb an, wie wir die Reaktionsfunktion und das Nash-Gleichgewicht bestimmen können und wie das Ganze im direkten Vergleich zu den anderen Duopol-Arten ausschaut. Ich habe dir bereits im Video zum Cournot-Wettbewerb einen Überblick über die verschiedenen Duopol-Arten gegeben. Falls du das verpasst hast, klicke einfach auf den Link, um zum Video zu kommen. Beim Cournot- und Bertrand-Wettbewerb handelt es sich um statische Spiele. Das heißt, die Unternehmen legen gleichzeitig die Mengen oder Preise für ein Produkt fest. Beim Stackelberg-Wettbewerb handelt es sich um ein sequenzielles Spiel. Das heißt, die Unternehmen entscheiden sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten für ihre angebotenen Mengen. Diesen Wettbewerb schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Auch wenn es sich jetzt um ein sequenzielles Spiel handelt, hat der Aufbau Ähnlichkeiten zum Cournot-Wettbewerb. Der Hauptunterschied ist, dass jetzt nicht zwei gleich große, sondern unterschiedlich große Unternehmen ein homogenes Gut am Markt anbieten. Das größere Unternehmen bezeichnen wir als Stackelberg-Leader und an diesem orientiert sich das kleinere Unternehmen, also der Stackelberg-Follower. Genauso wie im Cournot-Wettbewerb herrscht bei Stackelberg-Mengen-Wettbewerb. Hier sind ebenso alle angebotenen Mengen zwischen Null und unendlich denkbar, obwohl die Sättigungsmenge des Marktes den Strategieraum begrenzt. Wir nehmen auch wieder an, dass die Unternehmen ihre Gewinne maximieren möchten. Wir suchen für diesen Fall jetzt das Nähschgleichgewicht. Hierfür schauen wir uns einmal eine passende Aufgabe an. Lies dir diese einmal in Ruhe durch. Du erkennst eine Aufgabe zum Stackelberg-Wettbewerb daran, dass entweder von einem großen und kleinen Unternehmen oder von einem Stackelberg-Leader und Follower gesprochen wird. Außerdem muss es sich um ein homogenes Gut handeln, welches die Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den Markt bringen. Für die Berechnung des Gleichgewichts kürze ich das große Unternehmen mit L für den Leader und das kleine Unternehmen mit F für den Follower ab. Zuerst stellen wir die Gewinnfunktion des Follower auf. Der Gewinn ist definiert als Preis mal Menge minus die Kosten. Für den Preis setzen wir die Preisabsatzfunktion aus der Aufgabe ein. Groß Q unterteilen wir dabei in die Menge vom Stackelberg-Leader und Stackelberg-Follower. Den Ausdruck fassen wir erstmal zusammen. Anschließend übernehmen wir noch die Kostenfunktion aus der Aufgabe. Die Kosten des Followers sind dabei nicht von der Menge des anderen Unternehmens abhängig. Daher setzen wir auch nur die Menge vom Follower in die Kostenfunktion ein. Anschließend können wir die Preisabsatzfunktion und die Kostenfunktion in die Gewinnfunktion einsetzen. Das können wir jetzt Step by Step weiter zusammenfassen. Falls du das Ganze rechnerisch nachvollziehen möchtest, halte das Video an dieser Stelle einfach an. Das Ergebnis ist die Gewinnfunktion vom Stackelberg-Follower. Mit dieser rechnen wir jetzt weiter. Zu Beginn hatte ich ja gesagt, dass wir davon ausgehen, dass beide Unternehmen ihren Gewinn maximieren. Die dafür notwendige Bedingung ist, dass die erste Ableitung der Gewinnfunktion gleich 0 sein muss. Daher leiten wir im zweiten Schritt die aufgestellte Gewinnfunktion partiell nach der Menge des Followers ab. Im dritten Schritt setzen wir diese Ableitung dann gleich 0. Das Ganze können wir dann nach der Menge des Followers auflösen. Das Ergebnis ist die Reaktionsfunktion vom Stackelberg-Follower. Diese zeigt uns für jede Menge des Stackelberg-Leaders, welche Menge der Stackelberg-Follower anbieten muss, um seinen Gewinn zu maximieren. Im vierten Schritt müssen wir nun die Gewinnfunktion vom Stackelberg-Leader aufstellen. Wir machen es uns in dieser Aufgabe einfach, da beide Unternehmen ja genau der gleichen Kostenfunktion und somit auch den gleichen Grenzkosten unterliegen. Somit können wir einfach QL und QF in der Gewinnfunktion vom Follower vertauschen und erhalten sofort die Gewinnfunktion des Stackelberg-Leaders. Die im dritten Schritt aufgestellte Reaktionsfunktion vom Follower setzen wir jetzt in die Gewinnfunktion des Stackelberg-Leader ein. Anschließend fassen wir das Ganze so weit wie möglich zusammen. Halte das Video an, wenn du die Rechnungen nachvollziehen möchtest. Da auch der Stackelberg-Leader seinen Gewinn maximiert, bestimmen wir auch für ihn die notwendige Bedingung und leiten die Gewinnfunktion partiell nach der Menge des Leaders ab. Jetzt haben wir nur noch eine Variable, sodass wir nach der Menge des Leaders auflösen können. Das Ergebnis ist die Menge, die der Stackelberg-Leader im Gleichgewicht anbieten muss. Jetzt fehlt uns nur noch die Menge des Stackelberg-Followers. Hierzu nutzen wir die Reaktionsfunktion aus dem dritten Schritt. In diese können wir die Menge vom Stackelberg-Leader einsetzen. Somit erhalten wir als Menge, die der Stackelberg-Follower anbieten muss, 9 Achtel. Wenn wir die beiden Mengen der Unternehmen zusammen addieren, erhalten wir als Gesamtmenge 3,375. Nun schauen wir uns abschließend noch an, zu welchem Preis die beiden Unternehmen diese Menge am Markt verkaufen können. Hierzu setzen wir das Ergebnis einfach in die Preisabsatzfunktion ein. Die beiden Unternehmen setzen also im Nash-Gleichgewicht 3,375 Mengeneinheiten zu einem Preis von 3,25 Geldeinheiten ab. Das Ganze können wir uns auch nochmal anhand der Reaktionsfunktionen vom Stackelberg-Follower anschauen. Auf der rechten Seite findest du die Grafik dazu. Abschließend schauen wir uns nochmal den Vergleich der verschiedenen Duopole an. Als Referenzpunkt habe ich in den vorherigen Videos das Monopol herangezogen, da der Monopolist seinen Gewinn maximiert und somit den höchsten Preis und die geringste Menge am Markt aufweist. Bei Cournot, wo die Unternehmen gleichzeitig die Mengen festlegen, erhalten wir eine höhere Menge und einen geringeren Preis als im Monopolmarkt. Und bei Bertrand erhalten wir denselben Preis wie in einem Polypol, also in einem vollkommenen Wettbewerbsmarkt. Beim direkten Vergleich liegt die Menge im Stackelberg-Wettbewerb somit über der im Cournot-Wettbewerb und unter der im Bertrand-Wettbewerb. Der direkte Vergleich ist aber nur möglich, weil wir für alle Werte genau die gleiche Preis-Absatz-Funktion und die gleichen konstanten Grenzkosten angenommen haben. Würde sich nur eine dieser Informationen ändern, wäre ein direkter Vergleich der Preise und Mengen nicht mehr sinnvoll. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Um direkt zum nächsten Video zu kommen, kannst du einfach auf die Infobox klicken.